Stuttgart Richtung München zwischen Esslingen und Wemlingen. Da gibt es Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen. Da also bitte vorsichtig fahren. Vorsicht auch auf der A8 Stuttgart Richtung München zwischen Kreuz Ulm-Elch. Nach Nutz. Weit mit Leben. Ich bin weltweit. Hat im Tagesverlauf noch. Weit mit Leben. Weit mit Leben. Weit mit Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017